Wer ist das, wer ist das? Herzlich willkommen! Nein! Ja okay, ich kann mal das... Du bist jetzt eh scheißegal! Halt nicht viel, weißt du? Einfach nicht talken, wer dabei ist, Alter. Einfach reden, aber halt nicht über Schmutz reden. Und halt über Schmutz reden. Ich hab das Gefühl, dass du wirklich gleich austreiben. My heart is a nha vana, nha vana, nha vana. Ah! Der Korn in der Post. Ich dachte wäre... Moritz ist also ruhig. Schnell, 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 schnell. Conny, er ist im DVD, Jenny und der Witz. Ja, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Hallo, der Föbe! Oh na na na, nha vana, nha vana, nha vana. Oh na na na, nha vana, nha vana. Was ist das? My heart is a nha vana, nha vana. In the Lier, oder? In Havana... In Havana... In Havana... Biiiiiii... Fuck! Oh nein, Alarm! Ich hab morgen Fahrstunden, fällt mir ja rauf. Scheiße! Scheiße, wir müssen noch mal eigentlich im Schlechen laufen. So... Oh Gott, Leute! Lauf doch da unten hin! Lauf doch da unten hin! Oh, hi! Elgranger! Elgranger! Wer ist der denn hier? Fênrich! Elgranger! 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 Tobi, Lawsuit ist bei der Weh nicht gleiche. Ja, okay, keine Ahnung. Lawsuit ist Gerichtserfahrung, glaube ich, actually. Tobi, ich call dir. Oha, wieso wollen wir denn mit? Tobi, ich call dir, Tobi, dass du dich verreckst. Oh, ich dachte, ich hätte ihn gecallt. Nein, aber klar, das war knapp. Tobi, deswegen ist Fabian, glaube ich, gay, Tobi. Das war echt knapp. Ja, knapp. Das ist nicht, Fabian kann ich gay, Tobi, ganz ehrlich. Ja, wir warten ja eh nur auf Leon etc. Wie kommt er nicht, Mann? Wie lange braucht das? 25, okay. Wie kommt er gar nicht, Mann? Toretz? Ja? Das wär's ja, um jetzt Tobi zu kill, weil du. Du weißt, du, dass ich es bin, oder nicht? Ja, ich weiß, dass du es bist, ich hab ja auch, ja klar weiß ich, dass du es bist, Alter. Das war ja vor Kreis auch, Mann, ist eh egal. Wo hast du Marco denn fertig weggemacht? Na, in der Schleuse. Ey, hier drinnen, glaube ich. In der Schleuse, Mann. Also gerade auf ganzer Ehrenmutterbasis nix machen. Einmal so in Moritz, wenn ich mich abwalten hab. Genau. Der kann das nicht? Der kann das nicht. Gott bless, Alter. Der kann das nicht. Der kann das einfach nicht. Der kann das einfach nicht. It was Fenrich. Heinrich Aber hat Moritz sein Maid gekillt, den er Welchen Maid? Moritz, du hast glaube ich einen von denen gekillt, der den verdrübergeholt hat Was? Was willst du von mir? Es war gerade eben was 3-3 Ja, hallo, ich hatte eh schon verloren wegen Fenrich Ja, von Fenrich Ja, guck mal, hättest du mal lieber ein nicht weißen Maid gekillt, wärst du nicht gestorben Yes, Elk Ranger Ja, zwei Mit-